Die müssen wir ja sammeln, ne? Genau. So. Das kann doch nicht so schwer sein, auf einfach hier zu verrecken, meine Güte. Und dann bauen wir die... Eins, zwei... Bauen wir die ein bisschen breiter. Wie viele haben wir jetzt noch? Vier haben wir noch. Dann müsste es aber auch so gehen, wenn ich die einfach hier einen länger mache und dann hier runter. So, so, so. Einen habe ich immer noch. Dann mache ich den hier. So. Okay. Munition. Was brauchen wir denn dafür? Militär, Munition, Eisenplatten nur. Und Eisenplatten sollte eigentlich gar kein Problem sein. Die werden da unten, glaube ich, auch mass hergestellt. Genau, hier. Das heißt, wenn ich jetzt... Ich probiere mal einfach ein bisschen rum wieder, ja? Geht schon wieder los. Aber egal. Die landen ja da. Eigentlich könnte ich die aus der Kiste auch wieder jetzt schon speichern. Hallo. Einen schönen guten Abend. Ich weiß nicht, wie ich den Namen jetzt ausspreche. Nie Master, habe ich gestern gesagt. Und Number One Master. Kannst du mich da mal bitte aufklären? Ich habe dann immer so ein super schlechtes Gewissen, wenn ich Namen falsch ausspreche. Hole ich mir das jetzt direkt vom Band? Oder aus der Kiste? Ich hole es mir vom Band. Und zwar baue ich dann noch ein Band da drunter. So. Dann rutscht das einen weiter. Aber hier... So. Und die Dinger, die kann man, glaube ich, mit F auch wieder aufheben, ne? Genau. Der legt die dann da hin. Das ist aber okay. Master lang. Kannst mich Master nennen. Alles klar. Gut. Es wird schon Nacht. Es wird schon Nacht. Ach du Scheiße, Mann. Das geht so schnell hier. Ich baue mal einfach drei Dinger hier hin. Und jetzt eine Montagemaschine kann ich noch nicht bauen, ne? Da musste ich erstmal Forschung wieder machen, oder, oder, oder? Schmelzofen, Dampfmaschine, Heizkessel. Wo war das denn? Masterlangt, finde ich gut. Oh Gott, es geht schon wieder los. Hilfe. Eisenkiste. Ich glaube, ich muss erstmal forschen. Aber wir sollen auch ein Wissenschaftslabor errichten. Dann machen wir das halt als erstes. Wissenschaftslabor. Da. Können wir eins bauen. Machen wir auch. Und das baue ich wieder da oben hin. Obwohl, da oben ist eigentlich doch schlecht. Ich baue es eher diesmal hier hin. Mach mal hin, ne? Hier hätte es Strom. Das würde auch reichen. Oder? Ich kann es auch hier hin bauen. Zack. Automation. Oder Automatisierung. Wieso sage ich immer Automation? Das ist ja total falsch. Wissenschaftspakete. Genau. Und Strom natürlich. Dann baue ich den Strom mal. Ich mache es mal hier hin. So. Ähm. Wissenschaftspakete. Wissenschaftspakete. So. Ich glaube, man brauchte... Wie viel brauchte man dafür? Äh. Null von einmal. Oh Gott. Der Herr Kerstoff. Herr Kerstoff, ich glaube, der Urlaub bekommt Ihnen nicht. Das ist schon viel zu ausgeruht jetzt schon wieder. Ganz froh sein, dass ich den Nightbot entschärft habe. Sonst hätte der dich wegen Cap-Spammerei schon wieder irgendwie gemutet oder so im Moment. Am Wochenende irgendwie einen dezenten Schnuppen eingefangen. Eisenzahnrad. Achso, naja. Dann... Zahnräder waren hier drin, ne? Doch nicht. Dann nehme ich mal die hier raus. Und baue mal zehn Stück davon. Können wir schon mal ein paar reinschmeißen hier oben. Ah. Bis das Ding fertig ist. Das ist ja eine Musik. Oh Gott, ey. Viel zu ausgeruht. Ich sage dir, viel zu ausgeruht. Das ist bestimmt gerade erst aufgestanden, ne? Mal kurz die Füße hoch auf der Couch. Immer noch nicht fertig. Mach mal hin, ne? Ich will die Maschinen haben. Produktion. Das mussten wir dann irgendwo hier finden später. Noch hin. Dann, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt, die Muni zu bauen und die dann automatisch da oben und da unten auch hin zu befördern. Ich nehme an, das Questding wird uns schon sagen, wann wir genug erforscht haben. Wir können eigentlich von dem Eisenfeld aus hier die hier befeuern. Das müsste auch gehen. Ist mal bald soweit hier. Jetzt aber, komm. Jawohl, ja. Perfekt. Genau, Automobil sollten wir beim letzten Mal auch. Das ist für ein Zufall. Das ist natürlich die gleiche Quest, aber wir können jetzt Montagemaschinen bauen. Und davon baue ich mal direkt zwei. Macht das überhaupt Sinn, die hier oben irgendwie hier dann nochmal ran oder lang laufen zu lassen? Außenrum sollte eigentlich gehen, ne? Ja, ich mache das einfach. Komm. Was soll's. Ich weiß, da muss ich den Strom zwar verlängern. Achso, da stehe ich schon wieder am Weg. Zack. Ähm. Äh, wieso habe ich die denn... Ich mache es mal so. Wieso hat er die nicht gebaut? Jetzt aber. Da hätte ich dann gerne Muni. Und für Muni brauchen wir auch nur Eisenplatten. So, das heißt, der Karte jetzt da rein. Hat der auch einen Auswurf? Der hat keinen Auswurf, ne? Das sammelt sich da drin nur. Ist anders als der Schmelzofen. Oder? Hat der einen Auswurf? Ich glaube nicht. Ähm. Stromversorgung ist noch grün. Alles gut. Dann... Ich mache es mal bekannt mit dem Arm. Muss ich wahrscheinlich doch den Strommast hier ein bisschen... Äh, doch ein bisschen hochsetzen. So. Platsch, da legt er die Dinger schon hin. Äh, falsch. R. Und dann mal hier lang. Kommen wir hier außen rum? Ne, dann gehe ich direkt... Hau das hin. Hau das hin. Das haut hin. Ich gehe mal aber hier hoch. So, und jetzt müssen wir irgendwie hier nach... Ich kann hier dran vorbeibauen, ne? Das geht aber hier nicht, oder? Doch, geht auch. Ach, Mist. Jetzt brauche ich wieder Förderbänder. Was brauchen wir denn dafür? Wo sind denn die? Hier. Brauche ich mal ein paar. Die werden wir wahrscheinlich eh wieder brauchen. Ich habe auch da unten. Ich bin so doof. Ist egal. Wir können ein paar so herstellen. Wir können es ein paar aus der Kiste holen. Guck dir das mal an hier. Zack. Oh. Naja. Hui. Jetzt geht es schon los da oben. Nein. Der blöde Strommast. Ich baue jetzt hier um den Strommast rum. Nicht schön, aber zweckmäßig. So. Und so. Und hier hinten fehlt noch ein bisschen was. So. Dann einmal nach oben. Ne, der war falsch. Wir müssen den hier schon nach... rechts packen. So. Und dann... Einmal hier. Und einmal... Na. Lass das. Hier. Für Strom sorgen. Äh. Okay. Dann mache ich das anders. Dann mache ich das... Den weg. Und dafür... dorthin. So. Mal gucken. Mal gucken, ob es klappt. Würde mich sehr freuen tun. 18. 18. Die Musik ist so unpassend. Moment. Schon besser. Es geht hier um Munition. Und das ist natürlich falsch. Weil es auf der falschen Seite liegt. Mann, 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 Mann. Okay. Also holen die Dinger doch von der richtigen Seite ab. Was ist denn, wenn ich den jetzt hier oben noch so ein bisschen so... Da tut sich nichts, ne? So kann ich die zumindest schon mal hier irgendwie... So. Dann reiße ich den nochmal ab. Baue den ein bisschen weiter nach hier. Ach, egal. Echt? Egal auf welcher Seite die Muni liegt. Okay. Dann... Brauche ich das alles wieder zurück. Dann schauen wir mal. So. Okay, wie viel passt denn da rein? Fünf von zehn. Ach so, die haben da schon doppelt so viel bestückt hier. Ah. Okay, alles klar. Dann sollte der Munitionsbatzen hier schon mal gesichert sein. Das wird jetzt zwar ganz schön volllaufen da oben, ne? Das ist eigentlich total übertrieben. Ist das übertrieben? Ist egal. Hauptsache geschützt. Okay, und hier unten würde ich das gerne auch dafür machen. Das heißt, wir müssen hier... Ähm... Wir können hier aber eigentlich auch einen befeuerten Dings bauen. Wo war der denn? Heizkessel? Nein. Dampfmaschine? Nein. Schmelzofen? Nein. Montagemaschine werden wir brauchen. Ähm... Ach, wir haben gar keine befeuerten mehr. Ich kann auch noch gar nicht... Doch hier. Befeuerter Erzförderer. Oder elektrischer. Ähm... Hm. Weil theoretisch könnte ich mir da oben ein bisschen Kohle abknapfen. Und die nach hier unten transportieren lassen. Dann brauche ich nicht so viel Strom. Dann kann ich den Strom für was anderes verwenden. Ich probiere das einfach mal. Brauche ich ein bisschen Stein. Stein gab's. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Was ist hier los? Ähm... Hier wurde schon mal geschossen. Ich kann nicht hier noch reparieren, die Dinger. Boah. Was ist denn jetzt? Ist einer durchgeflutscht? Ähm... Hier war ja einiges los. Steinwände kann ich auch noch nicht bauen, ne? Steinwand. Doch. Dafür brauche ich Ziegelstein. Und Ziegelstein mache ich aus. Da. Okay, das heißt, wir müssen auch noch Stein abbauen. Da haben wir ja hier was. Ja. Da. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018